Guten Morgen liebe Freunde, wie geht's euch denn und damit herzlich willkommen zum heutigen Video. Ihr werdet es schon bereits am Titel gesehen habt, geht es heute mal um die Re-Upload-Videos. Wir haben sechs Re-Upload-Videos, die ich jetzt noch mit Thumbnails verarbeite, aber das siebte kommt auch noch mit dazu, also es sind sieben Re-Uploads. Keine Panik Leute, es ist alles Re-Uploads. Ihr könnt es uns wieder als Re-Upload anschauen. Aber eine Acht geben, diese Videos, die sind alle vom, ähm, von dem Zweitkanal, der Toad, zugewiesen wird. Ansonsten, ja, das ist so, weil das es manchen Leuten gibt, die einen, da schreibt jemanden, die die Gruppe da hat, Beda, warum nimmst du das als Re-Upload? Weil ich Angst habe, auf YouTube einen heutigen Strike zu kriegen, ja, wegen den ganzen Videos und so. Deshalb habe ich den Zweitkanal jetzt ausgesehen, den komplett weglassen, ja. Deshalb lade ich die zukünftigen Best-Auf-Videos jetzt auf dem Hauptkanal hoch, um mehr Klicks zu generieren. Ähm, es wird nach und nach die Videos aufgerufen, auf einem bestimmten Datum. Und ihr seht es bald eh. Da fangen wir an mit den ersten Videos, das ist dieses, dieses Video. Dann kam das, dann das, dann das, und dann das, und dann das, und dann finale das. Ja, aber sonst ist es klar, okay? Ansonsten, Leute, ähm, wenn ihr trotzdem Re-Uploads sehen wollt, dann, ich würde mich gerne unterstützen, wenn ihr ein Like, und hier ist dieses Wasserzeichen, den ihr abonnieren wollt. Ansonsten, Leute, wenn ihr es auf dem Handy seht, dann ist es hier der Wasserzeichen, den könnt ihr abonnieren, oder in dem Handy, drückt einfach auf die Abo-Button-Knopf. Ansonsten, Leute, ähm, dieses Video wird von diesem Editor zusammengeschnitten, wird mit diesem Video Editor zusammengeschnitten. Ansonsten, Leute, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, und hoffentlich sehen wir bald wieder zu einem Stream oder einem Video, wie ich noch Zeit habe. Ansonsten, Leute, danke fürs dabei sein, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vergesst nicht, ich habe die Re-Uploads ein paar Texte zugefügt, dass es alle Videos vom Kurzweil-Kanal ist, und, ja, mehr wollte ich nicht sagen. Ansonsten, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao. . Doe. 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 Ben. Doe. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017